Addendum Dorico für iPad In diesem ergänzenden Video erkläre ich, der Kürze wegen, nur die wesentlichen Unterschiede der iPad zur Desktop-Version. Dorico für iPad ist grundsätzlich identisch. Jedoch ist das iPad für die Fingerbedienung ausgelegt. Sollten Sie über eine angeschlossene Tastatur und Maus für Ihr iPad verfügen, so ist die Bedienung weitestgehend identisch mit der Desktop-Version. Beachten Sie bitte, dass Sie mit der kostenfreien iPad-Version für bis zu 8 Spieler und bei der Registrierung für bis zu 12 Spieler Musik schreiben können. In der Abo- bzw. einmal zu erwerbenden Lifetime-Version können Sie unbegrenzt viele Spieler hinzufügen und Sie erhalten zusätzlich den Notensatzmodus, der es Ihnen ermöglicht, Notationselemente grafisch zu verschieben. Diese Version entspricht vom Funktionsumfang der Desktop-Variante Dorico Elements. Nun zu den Unterschieden der Bedienoberfläche. Auf dem iPad gibt es keine Menüleiste am oberen Bildschirm bzw. Fensterrand. Die Menüpunkte auf dem iPad finden Sie in der rechten oberen Ecke, indem Sie auf die drei Striche tippen. Das kontextabhängige Menü, die der Bearbeitung der ausgewählten Elemente dienen, können Sie erreichen, wenn Sie rechts oben auf die drei Punkte tippen. Je nach Selektion weist das Aufklappen der Menü mehr oder weniger Einträge auf, die Sie durch Scrollen erreichen können. Des Weiteren erreichen Sie die Ansichtsoptionen beim Tippen auf das Auge-Symbol. Um Notationselemente, die Sie bearbeiten möchten, anzuwählen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einzelne Notationselemente können Sie durch Tippen direkt anwählen. Wenn Sie mehrere Objekte selektieren möchten, wählen Sie das gestrichelte Quadrat mit dem Pluszeichen am oberen Bildschirmrand. Dann können Sie selektiv Elemente durch Antippen auswählen. Wenn Sie das gestrichelte Quadrat mit dem Pfeil nach rechts auswählen, werden alle Elemente, die zwischen zwei selektierten Elementen liegen, ausgewählt. Um etwas zu deselektieren, tippen Sie auf einen freien Bereich auf dem Bildschirm. Eine weitere Methode des Anwählens besteht darin, dass Sie ein Rechteck um den gewünschten Bereich aufziehen. Halten Sie den Finger auf dem Bildschirm, ohne ihn zu bewegen. Wenn das Rechteck um den Finger beginnt zu blinken, ziehen Sie das Rechteck um den zu selektierenden Bereich auf. Das kann etwas Übung erfordern, bis man ein Gefühl dafür entwickelt. Um bereits eingegebene Noten zu bearbeiten, steht das Overlay Panel zur Verfügung. Hier können Sie Noten chromatisch, diatonisch und in Oktaven verschieben. Horizontal können Sie Noten gemäß des eingestellten Taktrasters, das Sie hier oben finden, verschieben und oder verlängern und verkürzen. Um Noten und Notationselemente zu kopieren, wählen Sie bitte die Kopierwerkzeuge am oberen Bildschirmrand. Hier können Sie Elemente ausschneiden oder in die Zwischenablage kopieren und einfügen oder im direkten Anschluss daran kopieren und löschen. Das war das Video Addendum Dorico für iPad. Mein Name ist Markus Hartmann, vielen Dank fürs Zuschauen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020